Liebe Zuschauer, herzlich willkommen im Studio von Hyperraum TV. Heute geht es um die Synthese superschwerer Elemente. Davor zum Einstieg erst einmal ein paar Facts and Figures mit ein paar Grundlagen der atomaren Welt. Unser chemisches Wissen über die Elemente ist im Periodensystem strukturiert. Es kennzeichnet von links nach rechts die unterschiedlichen Eigenschaften von Elementen, von den Metallen bis zu den Gasen. Die sogenannte Ordnungszahl Z beschreibt die Zahl der Protonen in den Kernen der Atome. Das Uran mit der Ordnungszahl 92 ist bis heute das schwerste in der irdischen Natur nachgewiesene Element. Bestimmt werden die chemischen Eigenschaften der Elemente durch die Zahl der Elektronen um den Kern, weshalb sich Chemiker traditionell eher selten mit dem Kern von Atomen befassen, wie uns ein einschlägiger Fachmann von der Uni Mainz jetzt offenbaren wird. Die Chemie, die beschäftigt sich mit den Atomen und deren Substruktur ist für fast alle Fragen der Chemie eigentlich irrelevant. Das heißt, ob in dem Kern drin jetzt noch zwei Neutronen mehr sind oder weniger sind, das kümmert die Chemie eigentlich nicht. Die Elektronen bestimmen zwar die chemischen Eigenschaften, aber der weitaus größte Anteil der Masse befindet sich direkt im Atomkern. Er besteht nicht nur aus Protonen, sondern auch aus Neutronen. Das Uran als schwerstes Element hat 92 Protonen und 146 Neutronen, korrespondierend zur Massenzahl 238. Es gibt aber auch andere sogenannte Isotope von Uran, die chemisch identisch sind und sich nur durch eine abweichende Zahl von Neutronen unterscheiden. Die innere Struktur der Kerne ist vergleichbar mit den Elektronen in der Atomhülle. Sowohl Protonen als auch Neutronen sind in Schalen angeordnet. Sind diese Schalen im Kern aufgefüllt, erzeugt das höhere Stabilität der Isotopen. Das hat man schon in Zeiten erkannt, als die innere Strukturierung von Atomkernen noch unklar war. Die typischen Zahlen von Protonen und Neutronen, die aufgefüllte Schalen im Kern charakterisieren, wurden deshalb zuerst einmal magisch genannt. Man versteht das heute problemlos. Das wird durch das Schalenmodell, das in den 40er Jahren entwickelt wurde, problemlos erklärt. Das sind einfach die Kerne, bei denen die Protonenschalen gefüllt sind und die Neutronenschalen auch gefüllt sind, die sozusagen den Schalenabschlüssen entsprechen, genau gleich, wie es in der Chemie auch läuft. Obwohl sie ihre Magie längst verloren haben, ist der Terminus in der Physik bis heute gebräuchlich geblieben. Die magischen Zahlen umgibt aber auch heute noch ein Geheimnis. Niemand weiß, wie sich diese Reihe mit den sogenannten superschweren Elementen, vor allem bei den Protonen, tatsächlich fortsetzt. Das ist natürlich auch für die Erzeugung superschwerer Elemente eine relevante Fragestellung. Dazu später mehr. Jetzt erst einmal das Thema, wie man solche superschweren Atome überhaupt erzeugen kann. Und dazu brauchen wir die Beschleunigeranlage, diese Schwerionenbeschleunigeranlage Unilag, die an der GSI in Darmstadt steht. Das ist ein Teilchenbeschleuniger, der ist etwa 100 Meter lang und der kann Ionen sämtlicher Elemente des Periodensystems auf etwa 10 bis 20 Prozent der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Das ist für uns ideal, weil wenn ein Atomkern diese Geschwindigkeit hat und dann auf einen anderen Atomkern zufliegt, ist er schnell genug, um diesen auch zu treffen. Der Kern ist ja positiv geladen. Der andere, der getroffen werden soll, auch. Die stoßen sich also nach Coulomb ab und man braucht ein bisschen Energie, um diese Abstoßung zu überwinden. Das sind eben diese etwa 10 Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Das kann also dazu führen, dass sich ein solches Projektil, nennen wir das, das vom Beschleuniger beschleunigt wird, auf einen Targetkern trifft. Und wenn wir Glück haben, fusionieren die beiden, verschmelzen miteinander. Und jetzt ist es eine schlichte Addition, welche Sorte ich beschleunige und auf welche Sorte ich schieße. Will der Chemiker heute also superschwere Elemente herstellen, dann muss er sich zwangsläufig auch mit der Welt der Atomkerne befassen. Nehmen wir als Beispiel Element 114, die traditionell magische Zahl, die längste Stabilität. Da nehmen wir beispielsweise Calcium-Ionen. Calcium ist Element 20, das ist auch eine magische Zahl. Wir nehmen das Isotop Calcium 48, das hat 28 Neutronen, auch eine magische Zahl. Das ist also ein doppelt magisches Projektil und das ist hilfreich. Das macht diesen Prozess wahrscheinlicher, dass die Verschmelzung zum Element 114 auch gelingt. Und schießen müssen wir Element 20 natürlich auf Element 94. Das ist Plutonium. Da brauchen wir das Isotop Plutonium 244. Das ist ein relativ exotisches Plutonium-Isotop. Es ist das Neutronenreichste, das wir in grossen Mengen zur Verfügung haben. Und mit grossen Mengen meine ich ein paar Milligramm. Also nicht kiloweise, aber ausreichend, um daraus eben ein Target herzustellen, auf das wir mit dem Ionstrahl schießen können. Kernchemiker wie Düllmann sind moderne nachfahrende Alchemisten. Was Paracelsus in seinem mittelalterlichen Labor im 15. Jahrhundert noch nicht gelang, können sie heute mit solchen 100 Meter langen Beschleunigungsanlagen bewerkstelligen, wie hier am GSI. Für Chemiker ist inzwischen nicht mehr die Herstellung von Gold, das Ziel ihrer Träume, sondern die Herstellung superschwerer Elemente, exotische Elemente also, die in der Natur überhaupt nicht vorkommen. Warum finden wir sie dort eigentlich nicht? Und warum endet auf der Erde alles mit Uran und der Ordnungszahl 92? Dazu muss man sich zuerst einmal vor Augen halten, dass alle natürlich vorkommenden Elemente, aus denen sich der Planet Erde zusammensetzt, bereits bei der Entstehung unseres Sonnensystems in der planetaren Ursuppe vorhanden gewesen sein mussten. Es könnte in der Erdgeschichte früher also auch superschwere Elemente gegeben haben, die aber nach 4,5 Milliarden Jahren längst zerfallen und daher für uns nicht mehr nachweisbar sind. Die Tatsache, dass wir auf unserem Planeten keine schwereren Elemente als Uran finden, heißt also nicht, dass es sie hier nie gegeben hat und schon gar nicht, dass sie nicht irgendwo im Kosmos gerade produziert werden. Im Universum entstehen schwere Elemente schon in Sternen. Und dann entstehen sie natürlich auch durch die gewaltigen Kräfte in kosmischen Katastrophen, in explodierenden Sternen, die wir in unserer Galaxie als Supernove beobachten. Bisher hat die Astrophysik im Universum jedoch keine Elemente nachweisen können, die schwerer sind als Blei. Allerdings steckt der Nachweis von Spektren bei himmlischen Objekten noch in den Kinderschuhen und reicht bisher auch nicht über die Analyse eines kleinen Teils in unserer eigenen Milchstraße hinaus. Trotz bisher fehlenden experimentellen Nachweises würde heute wohl kein Astrophysiker behaupten, dass es nirgends im Kosmos zur Erzeugung sogar superschwerer Elemente kommen kann. Beispielsweise bei der Verschmelzung von Neutronensternen oder schwarzen Löchern. Was die Forschung aus dem Labor der Natur noch nicht nachweisen konnte, gelingt inzwischen im Labor der Chemiker. Immer geht es dabei darum, ionisierte Atome mit extrem hohen Geschwindigkeiten auf ein sogenanntes Target zu schießen. Die Kunst liegt darin, die richtigen Isotopen auf geeignetes Material wirken zu lassen. Dabei kann dann ein neues Element entstehen, wenn auch nur selten und für kurze Zeit. Der Prozess läuft ja so, ich habe das schon erklärt, dass das Projektil das Target trifft. Es gibt eine Verschmelzung zu diesem Verbundkern, der hoch angeregt ist. Der muss die Energie loswerden. Wenn er spaltet, ist er für uns unbenutzbar für die Experimente. Das kann aber sein, dass er nicht spaltet, sondern dass er die Energie abgibt dadurch, dass er Neutronen ausstößt. Das passiert auch auf extrem schnellen Zeitskalen innerhalb von 10 hoch minus 14 Sekunden vielleicht. Und dann muss er das zwei, dreimal tun. Dann ist diese Energie weg und der Kern ist dann sozusagen in seinem Grundzustand. Bei Düllmanns Forschungen geht es also nicht darum, ein bisher unbekanntes, superschweres Atom zu erzeugen. Ihn als Chemiker interessieren die besonderen Fälle, in denen einzelne Atome beim Beschuss in den Grundzustand gekommen sind und so chemisch untersucht werden können. Düllmann arbeitet zum Beispiel mit dem superschweren Element Flerovium, Ordnungszahl 114, das 2004 erstmals hergestellt werden konnte. Bildet sich so ein Flerovium-Atom im Grundzustand, dann trägt sein Kern 174 oder auch 175 Neutronen und hat damit zusammen mit den 114 Protonen 288 oder 289 Kernbausteine. Man spricht von den Isotopen Flerovium 288 und 289. Der Aufwand, solche Atome im Labor herzustellen, ist sehr groß und der Nachteil dabei, es entstehen nicht nur sehr wenige davon, sondern sie zerfallen dann auch extrem schnell, etwa innerhalb einer Sekunde. Allerdings, für Dillmann ist das trotzdem eine ganz andere Welt. Aber im Vergleich zu 10 hoch minus 20 Sekunden oder 10 hoch minus 14 Sekunden lebt es extrem lang, es lebt nämlich etwa zwei Sekunden. Und das ist für uns eine völlig andere Welt. In zwei Sekunden ist es problemlos möglich, dass dieser Kern von Ort A nach Ort B gelangen kann. Man kann in zwei Sekunden Chemie-Experimente umsetzen. Man kann jetzt nicht mit Flerovium, aber mit anderen Kernen eben diese Massenmessungen machen. Man kann laserspektroskopische Messungen machen, beispielsweise die atomaren Linien in diesen Elementen zu vermessen. Das ist alles nur möglich, wenn sozusagen diese Kaskade von dem angeregten Verbundkern bis in den Grundzustand überlebt wird. Um das Atom chemisch vermessen zu können, strömt es in einem Trägergas in einen 30 Zentimeter langen Kanal, der mit Detektoren bestückt ist. Sie können den radioaktiven Zerfall von Atomkernen nachweisen. Alle Detektoren in diesem Miniaturdüsenkanal sind mit einer hauchdünnen Goldschicht überzogen, die unterschiedlich gekühlt ist. Von Zimmertemperatur bis hinunter zu minus 170 Grad. Ist das Atom metallisch, dann bindet es sich stark an die Goldschicht, bleibt bereits am Anfang des Detektorkanals hängen und zerfällt dann dort. Handelt es sich um ein flüchtiges Edelgas, dann wird es erst in den letzten Detektoren bei tiefsten Temperaturen zerfallen. In jedem Fall gilt aber, in gut einer Sekunde ist dann schon alles vorbei. Düllmann hat 2014 mit seinen Experimenten erstmals nachweisen können, dass Flerovium wohl eher ein bleiähnliches Element ist. Noch ist das aber umstritten, denn eine andere Forschergruppe aus der Schweiz, die in Russland arbeitet, deutet ihre Messungen mit Flerovium als Hinweis auf ein eher edelgasähnliches Verhalten. Weitere Forschung ist also erforderlich. Blicken wir jetzt aber noch einmal in den Kern der Atome zu den magischen Zahlen. Wie ich eingangs schon gesagt habe, ist offen, wie weit es bis zur nächsten magischen Zahl ist, also wo sich die nächste Schale in den Kernen schließt. Diese magische Zahl verheißt für die Zukunft stabilere Elemente, salopp auch Insel der Stabilität genannt. Diese Elemente könnten ungewöhnliche, auf der Erde bisher unbekannte Eigenschaften haben. Wir wissen, ich habe die Zahlen schon genannt, 50, 82, das sind magische Zahlen für die Protonen. Irgendwann wird die nächste Schale, die jenseits des Bleis aufgefüllt wird, auch wieder abgeschlossen sein. Und frühe Modelle haben gesagt, das ist bei 114 der Fall. Neuere Modelle sagen, hm, vielleicht ist es erst bei 120. Und wieder andere Modelle sagen, hm, vielleicht ist es erst bei 126 Protonen der Fall. Das wissen wir im Moment experimentell nicht, wo die nächste Schale abgeschlossen ist. Wir wissen auch gar nicht, ob das so eine einzige magische Zahl ist oder ob es nicht eher ein ganzes Gebiet ist, das von dieser, sag mal, von dieser erhöhten Stabilität dann profitiert. Das wäre dann diese Insel der Stabilität. Dann gibt es die Neutronenschale, die auch irgendwo abgeschlossen sein wird. Dort erwartet man eigentlich fast unisono, dass 184 die nächste Neutronenschale sein wird, also die nächste magische Zahl. Nun scheint die Frage, ob ein Atom zwei oder zehn Sekunden lebt, nicht sonderlich spannend. Aber der Forscher gibt da eine sehr viel weitreichendere Perspektive. Dass die zwei Sekunden nicht das Ende der Fahnenstange sind, das wissen wir. Da sagen alle Modelle, wenn ich noch ein Neutron mehr dran kriege, dann werde ich eine noch längere Lebensdauer haben und so weiter. Aber wie hoch geht das? Geht das bis zu einer Stunde oder bis zu einem Tag oder bis zu einem Jahr oder bis zu einer Million Jahre, zu einer Milliarde Jahre? Das wissen wir nicht. Eine Milliarde würde ich jetzt vielleicht nicht gerade erwarten, aber es gibt auch Modelle, die sagen das vorher. Wenn dem so ist, dann kann man natürlich drüber nachdenken, schaffen wir es, Produktionsmethoden so weit zu verfeinern und zu verbessern, dass man daraus größere Mengen herstellen kann. Weil jedes Atom, das ich dann herstelle, wenn das eine Million Jahre Halbwertszeit hat, dann wird der allergrößte Anteil im Laufe eines menschlichen Lebens nicht zerfallen. Damit sind wir dann endgültig im Bereich der Science-Fiction angekommen. Düllmann selbst fasziniert zwar auch die Insel der Stabilität und die damit verbundene Hoffnung auf die Entdeckung bisher unbekannter Materialeigenschaften, aber der Blick des Experimentators zielt zuerst einmal auf das Jetzt und dann, wie sich das für einen gediegenen Grundlagenforscher wohl auch gehört, auf die ultimative Frage, ob es in unserem Universum ein Ende des Periodensystems gibt und, wenn ja, wo es liegen könnte. Meine Studiosendung schließt heute mit dem Originalton aus der Wissenschaft. Ja, grundsätzlich ist eigentlich immer das nächste Experiment das spannendste, weil man sich am intensivsten damit beschäftigt und weil man sehr viel Energie und Kraft und Zeit reinsteckt. Aber natürlich denkt man auch ein bisschen in größeren Zeiträumen. Und interessant ist durchaus die Fragestellung, welches ist das schwerste Element, das überhaupt existieren kann? Wo ist das Ende des Periodensystems aus fundamentaler Sicht? Wo wird es nicht mehr möglich sein, Atomkerne herzustellen, die länger leben als 10 auf minus 14 Sekunden? Dort, wenn es keinen Atomkern gibt, der länger lebt für eine gegebene Protonenzahl, wird es dieses Element nie geben können. Wo ist diese Grenze? Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, bis zu 118 existieren alle. Die gibt es, die leben lang genug, kein Problem. Und eigentlich denke ich, werden sie niemanden finden weltweit, der sagt, ja, jenseits von 118 kann es keine Elemente mehr geben. 119 ist für mich eine Frage der Zeit, wann das gefunden wird. 120 nehme ich auch an. Aber wo ist die Grenze? Was ist das schwerste Element, das existiert? Das denke ich, ist eine starke Triebfeder für unser Forschungsgebiet. Wo ist das Periodensystem zu Ende? Dasенate Vielen Dank.